Wir haben gute Neuigkeiten. Wir möchten euch heute die S10 Modelle mal ganz kurz vorstellen, weil die Samsung ja jetzt auf den Markt gebracht hat. Genau, wir haben einmal das S10 Plus, dann das S10 und das S10e. Ein paar Besonderheiten vielleicht dazu. Das S10 Plus hat ganz genau 6,4 Zoll, das S10 6,1 und das S10e 5,8 Zoll. Das erstmal zur Größe. Ja, zu den Speichergrößen haben wir dieses Jahr bei Samsung einmal die 128 GB Version und die 512 GB Version. Natürlich können wir bei allen drei Modellen auch wieder externe Speicherkarten noch mit reinmachen. Standardmäßig geht das S10 Plus allerdings mit 512 sogar schon los. Also richtig, richtig giga viel. Genau, hier beim S10 Plus haben wir zum Beispiel ganz klassisch Keramik White. Dann gibt es ein sehr schönes Türkis-Grün. Ist das Türkis-Grün? Ja, ich würde es so einstufen. Und hier bei dem S10e habe ich jetzt, ich würde es mal einerseits wie ein anderer Zietgrau beschreiben, aber es geht auch so ein bisschen in die bläuliche Richtung. Allerdings beim S10e haben wir die meiste Auswahl an Farben. Unter anderem sogar ein gelbes. Sehr speziell. Wir sehen uns. Wir freuen uns auf euren Besuch. Wir sehen uns. Einen schönen Tag euch. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.